Deutsche Memes die You looked exe Let's go Freunde, ich hab is mal ganz anders Das ist ne richtige Bombe Lecko mio Dieser Moment, wenn diese Taube In diesen Tünerbox rein scheißt Tottenboss, ich wette mit dir um 20 Euro Dein Übergang wird nicht schmackhaft Mein Übergang wird nicht schmackhaft? Ich will euch mal zeigen, in was für einem schnellen Zeitraum ich warm werde Guck hin, guck wie ich warm werde Guck wie ich warm werde Jawohl, ja, baby, wir haben's Flex Yeah, drip, drip Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Äh, nein, danke Miss Clifton, Sie müssten die Kontaktinformationsformulare ausfüllen Also wer möchte sie verteilen? Oh, 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 Miss Clifton, Miss Clifton, hier Oh, oh, Miss Clifton, 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 Miss Clifton Mrs. Griffin Menno Ist dir das unangenehm? Ja Ich war mal in dir gesteckt, das kann dir nicht so unangenehm sein Wir haben ein kurdisches Motorrad Guck mal, diese 26-30 Zoll-Felden sind Aqua, check mal diesen kurdischen Motor hier ab Was ist das für ein Sound, ja? Was geht ab? Wie immer erst die Pflicht. 42 cm misst jedes der beiden Monster-Teile. Rekord. Die Dicke. Gemessen durch beide Schnitzel. 31 cm. Zum Schluss das Gewicht. 2.254 Gramm. Man sieht's nicht genau. Gut auf deine Mutter auf und sag ihr, dass ich sie liebe. Bitte sie um Verzeihung, ich werde sie niemals vergessen. Nein, nicht! Lebe wohl. Frühstücken. Auf, entspannt. Oha. Ich muss dir was zeigen. Okay, was denn? Welche Mark ist das? Ja. Und was ist das? Salami? Put her together. Hä? Ja, Salami. Oh mein Gott, don't leave me, Robin, komm her, don't leave me, Robin, oh shit, don't leave me. Ich will unbedingt den schiefen Tor von Peter sehen, weil mich das wirklich interessiert, dieses, wieso ist der schief? Wer hat den schief gemacht? Kann ich den wieder gerade machen? Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ich labere komischen Scheiß, oder? Ihr denkt euch jetzt auch, was bist du denn für ein Typ, was quatscht denn rum? Aber wisst ihr ungefähr, was ich meine? Ich labere komischen Scheiß. Ich labere komischen Scheiß, oder? Ich labere komischen Scheiß. Ich labere komischen Scheiß.